Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zum Yorktrike Reise. Heute möchte ich euch eine Insel heisst Andaman des Indiens vorstellen. Diese Insel liegt am Südosten des Indiens und Bay of Bengal Ozeans. Es ist eine schöne Insel, es hat eine ganz kleine Stadt hier, heisst Port Blair. Diese Stadt ist eine Hafenstadt und ein bisschen viel los hier. Es gibt hier viele Hotels, Restaurants und so weiter. Und ich bin gerade hier in einem Hotel, heisst Island Cliff und es ist günstig und schöne Sicht und die Zimmer sind sauber und so weiter. Und am Abend kann man gute Shoppings machen, wenn sie raus gehen und wenn sie etwas wollen aus dem Meer, ja Meeresprodukte und so weiter, kann man hier gut einkaufen. Und auch können sie gutes Essen gönnen. Während der Tages liegt sowieso hier schön zu laufen durch die Stadt und so weiter. In diesem Insel gibt es auch viele Strände, wo kann man baden gehen oder Wasseraktivität wie Scuba Diving oder sowas machen. An dieser Insel Port Blair können sie am Strand baden gehen oder einfach durch den Strand laufen gehen und so weiter machen. Und am schönsten es gibt es eine Insel, wo sie Sonnenaufgang schauen. Und jetzt, wie können sie hierher kommen? Sie können hierher aus der Stadt Delhi kommen oder Kolkata ist auch möglich. Und Heiderbad Stadt können sie hierher kommen. Es dauert nur ein paar Stunden. Das ist hier nur Ausgangspunkt. Ab hier können sie viele andere Insel herum besuchen und übernachten. Das ist der erste hier Port Blair. Hier ist auch schön. Was kann man hier machen an diesem Strand? An diesem Strand können sie einige Strände besuchen, den Sonnenaufgang schauen, durch die Strände laufen und durch die Stadt laufen und entdecken etwas Neues. Wie sicher und gut ist dieses Insel? Dieses Insel ist sicher, keine Kriminalität und so weiter. Wie viel kostet hier hinzukommen? Hier hinzukommen, es kostet nicht so viel Geld. Wenn sie ein bisschen haben, können sie hier kommen. Von diesem Insel können sie weitere Insel anschauen gehen. Die liegen hier herum. Und es gibt so viele Strände und schöne Strände und so weiter. Ich hoffe, dass Sie meinem Video gefallen werden. Ich bedanke Ihnen. Auf Wiedersehen und eine schöne Reise. Herr, wie ich Sie mir überкус.